roboter aber es gibt viele schöne steile kanten jetzt ist übrigens der freaky am apparat so erstmal kurz gucken und jetzt können wir mal sehen wie er freaky live gegen mein ghost der davor fährt immer hin und halt irgendwann einholt man sieht hier schon mal ich dachte du hast sie schon gesehen ich habe extra kam neuer die lc lats dir runter ich hab das jetzt über das war dann die davor war das mit dem feuer habe ich gar kein video zu gemacht das hatte ich das hatte ich aber auch gar nicht direkt runtergeladen schwierig dann aber gleich vorne das kannst du dir aussuchen also ich habe beides schon gemacht das hier ist einfacher wenn du den sprung am anfang direkt schaffst aber du musst halt wirklich extreme höhe bekommen das hier wird dann das hier wird sonst echt relativ schwierig großartig ne du sitzt auf dem ne du kannst die sprung auch von hier ausschaffen achso vom ersten aber ich weiß nicht ob das nur geht wenn du ein checkbinder vorhanden aber mach hier bleibt auf dem schwarzen setzt sich hinten drauf und dann machst du den ganz normalen übersteiger nach vorne ruhiger sei zärtlich zu dem gas pedal so ihr könnt auch jetzt schon abschalten läuft auf jeden fall schon mal ja nicht mehr läuft bei dir nicht hinten drauf sitzen bitte ja perfekt perfekt hinterrad kommt gibt es ihnen sehr gut waren ja und nach vorne rutschen aber die checkpoint geschafft das war das einzige was wir zeigen das hier ist wie bei der stratosphäre zweimal doppel bunny hopp mit dem hinterrad einfach aufkommen also muss ich mit muss ich mit sprung also kannst du das kannst das auch einzelne lösen aber es ist halt einfacher mit schwung hier ganz ein bisschen zeit lassen hätte eine zeit laufen können ja dann ist es nämlich auch einfach ja beides beides rund halt am besten du kommst beim ersten hinterrad auf und machst dann direkt die beiden noch weiter oder du machst das natürlich so ja gibt es sonst was zu erzählen ich meine wir haben ja jetzt zeit noch ungefähr zwölf minuten bis die play sollte aufnahme aufhört wie läuft sonst bei dir ne also urlaub urlaub das war was war das noch mal was zwischen den krankheiten der sprung war nicht schlecht verwehr der war nicht schlecht man muss wissen dass freaky chronisch krank das fährt hoch wollt ihr mich verarschen das fährt mal drauf steht alter ich kämpfe mich hier auch ja man muss wissen dass freaky nämlich gerne und oft krank wird und bedingt durch eine bakterienschleuder ich habe eine kleine tochter zu hause die ist immer krank im kindergarten und schleppt alles an was sie kriegen kann ja man muss auch sagen du hast ein immunsystem wie so ein völlig zerstörtes sieb deswegen trifft sich das bei dir immer alles und immer wenn er dann mal nicht krank ist dann hat er urlaub so ich probiere kann man sich da bewerben macht wo du arbeitest gibt es da freie stellen da gibt es immer freie stellen so ich bleib jetzt einfach mal da drauf stehen soll ich das kurz machen für dich ich bleib jetzt hier drauf stehen und guck mal wie weit ich bin nimm doch den aufzug das ist wahrscheinlich eine von den drei rätseln die in dieser welt eingebaut sind ja da ist ein knöpfchen da kannst du dich wahrscheinlich hier drauf schleudern mit dreieck aber machen wir jetzt nicht weil wir wollen ja gerne die strecke den leuten zeigen das ist ja ein vorführungsvideo hau zu oder hau nicht zu 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 hau dann bleib ich dir einfach noch bis zu helfen stehen zeigen weil die ist unglaublich lang es kommt euch jetzt vor wie ein déjà vu aber das sind hier 64 röhren die er überspringen muss das sieht nur so aus als wenn ich danach immer wieder vom checkpoint genau vielleicht das würde mir total komisch vorkommen weil ich hier fall nicht hin jetzt immer wieder jetzt sind wir wieder da also es reicht eigentlich wirklich wenn du hier von der sobald mit dem vorderrad an einer schräge bis nach vorne drückst du kannst ja auch ein bisschen zurückfallen lassen jetzt und dann gas geben leicht weil du bist ja ein vorderrad drüber das war nicht gut das hat auch nicht gereicht also muss bei solchen sachen wirklich um die geschwindigkeit auf der schräge zu bekommen sobald das vorderrad die schräge antippt nach rechts drücken und der party ist schön da habe ich schön lang für gebraucht so weit habe ich nicht gemacht ich bin ja wirklich voller frust mit doppel bunny hopp über hat sich dann meine freundin auch beschwert die macht ja schon wenn ich welches spiel in der konsole anwerfen macht das zimmer und sagt immer das frustspiel dabei stimmt das gar nicht so ich liebe dieses spiel es hat nicht umsonst so viele spielstunden bei mir erreicht ja vor allem hat das auch immer wieder ein forderndes spiel nicht so geh dahin loote den was für ein spiel sprichst du da jetzt an gerade hast du gerade kritik gegen irgendjemanden nein ich habe keine kritik alle spiele finde ich super hast du was irgendwas richtig schlechtes gespielt in letzter zeit macht ja kommt kommt da jetzt noch was oder ich bin im überlegen gerade the crew fand ich ganz schön the crew fandst du ganz schön das gibt es jetzt auch schon irgendwie für 26 euro oder so ja darum wahrscheinlich ich sag mal da haben sich also allein schon ich hab's mir dann irgendwann gekauft wir haben ja zuerst zu groß angekündigt da hier ps plus und dann gratis zugang ach so drive club meinst du? das ist nicht the crew? ja ja drive club ja da war ich auch sehr enttäuscht wobei the crew war ich ja auch in der in der close beta naja was machst du da eigentlich würdest du mir kurz den controller geben? ja dafür nix weil du hast ja dein erstes wir wechseln immer bei 100 versuchen ach ja stimmt endlich darauf wollte ich eigentlich nur hinaus oh ist das mein ernst was machst du da eigentlich? ich hab dieses spiel doch nie vorher gespielt meine güte ne aber drive club fand ich auch furchtbar also ich fand es eigentlich ziemlich geil grafisch grafisch ja grafisch aber dann das wetter und so die optik das war alles ganz top ja aber was ist dahinter also rundkurse fahren oder irgendwelche teilstrecken abschnitte da wo du dann auf zeit fährst ja das habe ich auch schon vor aber nun kam die ps1 raus mit panterismo wow vorgestern glaub ich also müsste ich schon 98 99 gespielt haben genau das gleiche in grünen und die grafik wird natürlich viel viel schöner ja das stimmt schon aber aber ich sag mal obwohl welchen jahr leben wir aber 2015 noch ja darum also oh das ist sowas ähnliches wie da kann man einfach mit dem hinterrad und macht den bunny hopp wofür ich es mir eigentlich gekauft habe im playstation 4 news forum grüße an alle leute auch an bassler der jetzt viel zu wenig werbung für choice fusion macht das wollte ich hier nochmal ansprechen aber du bist ein guter junge wir hatten uns nämlich für so eine schöne crew zusammen gesammelt und wollten da ordentlich online weg rocken und es hat einfach nicht funktioniert das war ungefähr so wie der start von von gta 5 das war ja auch online wirklich eine katastrophe aber gta 5 werden wir auf diesem kanal wahrscheinlich auch noch sehen da ist noch was geplant ne wir wollen die heist machen achso auf der ps4 oder was genau und zwar mit rakim und vielleicht auch mit hobby rambo mal gucken ob er sich dazu nochmal bereit erklärt und davor machen wir vielleicht noch so ein video how to gta 5 multiplayer ich hab das auf der ps3 zum letzten mal nicht multiplayer gespielt wie gesagt ist das liegen auf der ps3 habe ich jetzt wirklich bloß ich glaube ich hab 12 auf eingeschaltet und hab dann auch wieder zu zocken weil ich es mir einfach nicht für ein pc versauen sollte weißt du was das geil ist egal wann die leute dass es jetzt schon zwei Monate verschoben wurde egal wann die leute dieses video sehen und dann deinen kommentar hören wird es immer noch nicht draußen sein das ist das schöne an dem gta 5 also dann die release datum irgendwie so mit dem ber verknüpft ist dann läuft hier sowieso nicht der ber was war das nochmal diese riesengroße müllruine die sie im süden von berlin entdeckt haben ja ja das ist hier na was so ungefähr fünf jahren immer noch nicht fertiggestellt sein wird danach sagen sie ach hör auf wir haben keinen bock mehr verkaufen wir für einen euro an die chinesen und nach einem halben Jahr läuft der Flughafen ne ich hab schon gehört wir bauen jetzt einen neuen wir bauen einen neuen wir können ja Tegel ausbauen genau dass wir nachher gar nichts mehr haben so geil berlin bewirbt sich für olympia und zu dem zeitpunkt haben wir gar keinen Flughafen mehr so der party ist auch scheiße ne also kurz zur erklärung du musst hier hochfahren musst hier ein bunnyhop machen und dann von dort aus noch ein bunnyhop machen damit du aufkommst und du brauchst halt bei der nächsten schräge die komplette die komplette geschwindigkeit so und deswegen lässt man sich dann am besten hier wieder bis zum anfang zurückrollen und dann muss man wirklich mit dem Gaspedal richtig kuscheln dass das einem das nicht übel nimmt das hätte ich sogar fast machen können ich muss mal sagen extremstrecke 12 minuten jetzt so für den ersten try und also du hast ja schon die spät gehabt aber ja aber ich hab hier glaube ich 70 80 versuche oder so verballert also das hat das hat auch keinen Sinn gemacht aber das so macht mir halt wieder spaß hier weil das ist so ein sprung den hast du vorher noch nicht gemacht du hast ja viele viele sachen die sich dann wiederholen die sehen zwar anders aus aber du weißt halt im Endeffekt wie es läuft ist das mein ernst und das hier ist halt wirklich was wo man wieder ein bisschen was dazu lernt oh die hätte ich einfach durchdrücken können ich hab mich nicht getraut oh Opferboy na ich krieg das Fahrrad nicht drauf ne aber ich hab's schon geschafft 20 minuten minus 8 du bist erster auf der liste na guck mal seit 6 minuten hab ich den letzten checkpoint verschafft ah ok aber das ist ja auch alles deine schuld ja stimmt das muss man oh Gott ich hab ja auch ewig an dem anderen Sprung da rum ich wollte ja nur gucken wo der Knopf wird ne also wirklich beim ersten mal das ist relativ relativ ich hab ach maaaann dann mach mal einfach einen ganz ruhigen und stell dich wieder hinten auf die andere Seite rum und dann machst du halt mit viel Zwung mit viel Zwung was ich auch hier schon mal richtig geil geschafft hatte weil hier Banyhop also das Banyhop Banyhop aber am besten dass du noch im Hinterrad auch kommst kriegst du nämlich auch richtig schönen Schwung drauf aber ich wollte ja auch dass die Leute was lernen Und das gelingt mir wie immer nicht. Deswegen bin ich auch kein Lehrer geworden. Untertitelung des ZDF für funk, 2017